Willkommen, willkommen zum großen Harry-Potter-Wochenende bei Elbenwald. Ein Harry-Potter-Wochenende, was beinhaltet das eigentlich? Na, um genau zu sein alles, was ihr eben schon eingeblendet gesehen habt. Also wir haben eine große 3-für-2-Aktion mit ausgewählten Harry-Potter-Merchandise. Es gibt ein paar echt coole Rabattaktionen, unter anderem auf alle Zauberstäbe. Und zu jeder Bestellung, die mindestens einen Harry-Potter-Artikel enthält, gibt es gratis Schokolade. Und nicht irgendwelche Schokolade, sondern Harry-Potter-Schokolade. Und wenn ihr jetzt auf die Idee kommen solltet, eine Harry-Potter-Schokolade zu bestellen, bekommt ihr natürlich auch dazu. Eine gratis Schokolade dazu. Ist krass, ne? Die Aktion mit der Schoki gilt, solange der Vorrat reicht und alles andere läuft bis zum 28. Juni um Mitternacht. Und die Aktion startet jetzt. Genau jetzt, ja? Und wenn ihr das Video seht, könnt ihr quasi direkt loslegen. Seit wann? Seit jetzt? Den Link mit allen weiteren Infos, beziehungsweise den Link zur Seite mit allen weiteren Infos, packe ich euch irgendwo hier in die Nähe des Videos. Und jetzt sage ich schon mal, enjoy. Und das ist zu sehr Mika. Mika. Ich wollte Milka sagen. Haben die nicht enjoy gesagt? Apropos Mika, die hatten auch lange nicht ein Video. Ob ich die jetzt hierher kriege? Mal gucken. Ton. Sehe ihr das? Hey Mika, komm mal her. Mika. Hey, die ich starten sollen. Nein, es klappt nicht. Metten? Hey, wer ist denn da? Hallo? Komm mal her. Hopsi. Mika, komm. Ich muss die doch erst noch vorzeigen. Mika, komm her. Die Outtakes dauern länger als das Video. Hey Mika, warte mal. Hallo? Hey Mika. Na? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Das war jetzt extrem unspektakulär. Ich habe ja irgendwie 20 Minuten gebraucht, bis du hier rübergekommen bist. Okay, jetzt kostet den gleichen Leckerli. Bieren. Wie geht's dir? Ich gehe weg. Herr Kuss. Ringelang. Vielen Dank.